Ich spiele Schlagzeug vor so vielen Zuschauern. Wir haben den Luis viral gemacht. Und da bin ich mal direkt zum Hingang und hab mich vorgestellt. Jetzt kommt's. Ich hab früher auch mal ein bisschen Schlagzeug gespielt und zeig jetzt, was ich noch drauf hab. Aber guck mal, wie viele Leute hier sind. Ja, so hat sich das dann ungefähr angehört. Ich sag nur, Hashtag immer weiter. Am Freitag 18 Uhr kommt mein neuer Song raus. Luis wird sich ihn auch anhören. Und ihr?